Als Entreprise Seafood ist mehr, wenn wir servieren, mehr, wenn wir Menü aufstellen und viel mehr, wenn wir Muffins backen. Als Entreprise ist es so vielfältig. Wir haben eine Patisserie, heute lernen Schüler backen und auch viele andere Sachen, wenn man viel Freude und leidenschaftliche Kuchen und eine Lackereue von den Schülern präpariert und dann nur einen Kaffee verkauft. Der Kaffee ist natürlich auch eine große Hilfe als Entreprise. Heute können sich die Schüler und die Realität von der Gastronomie rollieren. Zusammen mit einer Flotte-Equipe kannst du ganz neue Erfahrungen machen und du hast viel Kontakt mit Leuten und Klienern. Am Kaffee geht es nie langweilig. Zu Seafood gehört natürlich auch ein administrativer Bereich. Diese sollen zukünftig nicht mehr von Conner gelegt gehen, dass sie sich darum bekümmern sollen, was er in der Kontinente zu sehen wird. Die Schüler haben auch die Möglichkeit, während der Schulzeit in die Bauernhaftposition zu gehen und zu gucken, wo ihre Produkte genau hier kommen. Diesen Zustand ist mit Bestellungen, aber die Schüler vom Lernen wird es auf den Tisch kriegen. Wenn du Lust auf die Vielfalt ein Aufwissen musst, dann komm bei uns an das Seafood. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.